Ah! Ja, vor allem stehen geblieben, wir müssen hier runter. Ui! Oder nicht? Oder nicht? Was? Nicht schlecht! Nicht schlecht! Wie steht er da an der Ecke rumstehen? Das ist ein verferberer Rückschlag! Trotzdem, du bist vermutlich verletzt! Ein Vorschlag! Ergib dich und wir folgen dich nur ein bisschen öffentlich! Die meiste Zeit musst du nicht mal bewusst sein! Hm, okay. Ich laske hier nur mal an die Ecke. Ich laske hier nur mal an die Ecke. Geil! Nein! 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 Ich... ... 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 Ihr habt meinen Tink und meinen Zombie-Doktor besiegt, aber die waren rein gar nichts gegen meine nächste Kämpferin. Verstehst du? Sie hackt nämlich ein großes Loch im... Ach, vergiss es! Töte sie! Lass dich richtig feiern, ne Klebbi, ey. Okay, okay, this time we are serious, no boss here. Blackjack, 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 Blackjack! Oh, oh, oh. Ich hatte gehofft, dass es nicht dazu kommt. Ich konnte es kaum erwarten, also los, es lebe ein freies Pandora, es lebe die Revolution! Hm. 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 Bist du? 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 Willst du als erster bei der Kammer sein musst du die Konkurrenz ausschalten. Arid Badlands. Ah du sitzt doch. Ist das nicht da wo der Bus-Hippe halten hat? Oh ja. Da ist Markus. Oh. Okay. Wir testen ihn aus. Zwei von diesen Schätzleinen. Hallo meine Freunde. Also einmal auf Eden-Six. Okay. Wenn sie mehr als einen Schuss brauchten, haben sie keine Jacobs benutzt. Weißt du, ich bin nicht programmiert für direkte Kämpfe. Ich bin auch nicht drauf programmiert, dauernd Gänsefüßchen in die Luft zu zeichnen. Aber offenbar bin ich fertig mit meiner Programmierung, meiner Versklavung und meiner Geduld mit seinesgleichen. Mach dich der Fass auf den Mega Interplanetary Ninja Settlinge. Alter. Mega Interplanetary Ninja Assassin. Crap. 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 What the heck? Ist das laut? Ich schieß dir ein Auge aus. Oh Gott. Wohin? Ich schieß dir ein Auge aus. Dann kannst du dich trüfen. Alter. Da braucht man ja irgendein Place, wo man vielleicht nicht gleich verweckt. Ich schieß dir ein Auge aus. 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 Wie viele Kugeln braucht man, um ins klebrige Zentrum von so einem Flaschaufen zu kommen? Halt sie ihn! Komm doch, wir weg. Schwing fest. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Nein, 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 nein! Leben kippt ihr mich nicht! Merkt euch! Ich erledige jeden einzelnen von euch mit losen Greifarmen und habe eures Geistes als Schick-It-Roll! Auf ihn! Niemals aufgeben, Brüder und Schwestern! Er fehlt als Schicksal der Revolution! Wort, Totschlag, Tötung, vernichten, auslöschen! Was geschieht mit mir? Ich habe Angst! Ich gebe den Geist auf! Ich kann es klüren! Ich gebe den Geist auf! Da kommt nicht die Kamera, ich gebe den Geist auf! Ich spüre das! Habe ich! Hallo, Freisender! Und so ist das tatsächlich gewesen. Bis auf den Teil, wo ich von der verrückten Schlampe versetzt wurde. Das habe ich erfunden, damit die Ladies bleiben. Hallo, Freisender! Unglaublich! Einfach großartig! Sie haben die Rebellion gestoppt, Pandora gerettet und den Ruf von Hyperion wiederhergestellt. Leider haben sie auch die Garantie für diesen Claptrap verwirkt. Sie werden ihn also behalten müssen. Allerdings wäre da noch die Sache mit ihrer Belohnung zu regeln. Kommen Sie zu mir! Okay. 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 Oh, hat das lieb'n Wunders. Na ja. Ja. Das ist eine große Auswahl. 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 Ende der Pause. Zurück an die Arbeit. Das ist eine große Auswahl. 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 Was ist das? Untertitelung. BR 2018 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 Man kann nie zu reich, zu gut aussehend oder zu gut bewaffnet sein. Untertitelung. BR 2018 Die Dinger sind schon geil. Naja, aber ich verkaufe dir. Das macht so keinen Sinn. Untertitelung. BR 2018 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 Die Schrotze brauchen wir eigentlich nicht. Die Schrotze brauchen wir 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 nicht.